Last Christmas, I give you mine, and be me next day, and stay with you. Yo, yo, ho, 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 ho. So Leute, was geht ab? GeorgTV ist wieder mal back on YouTube. Extrem Leute, dass ich wieder mal am Start bin, dass ich hier wieder mal... Ja... Ganz kurz, wie lange war GeorgTV inaktiv? Ganz kurz, ganz kurz. GeorgTV war für fast zwei Monaten inaktiv. Was soll das sein? Die Frage aller Fragen ist, warum war er so lange inaktiv? Also, warum war ich so lange inaktiv? Das kann ich euch erklären, meine lieben Freunde, mit einer wunderschönen Weihnachtsstimmung. Deshalb schalte ich ganz kurz das Licht aus. Und... Ihr... Ihr seht mich nicht. Mit dieser Weihnachtsstimmung, meine lieben Damen und Herren... Werde ich euch erzählen, warum ich inaktiv war. Es wird mich keiner wahrnehmen mit diesem rosanen Pullover, also das wird nichts bringen. Ich war inaktiv, weil... Jetzt mal ernst. Ich war inaktiv, weil... Ich gehe jetzt abends in die Schule. Und in der Früh, zum Beispiel bis am Mittag, nachmittag, arbeite ich. Die Sache ist jetzt die... Ich bin fertig mit der Arbeit und fahre direkt in die Schule. In die Abend-HCL. Die Abend-HCL endet außer Montags immer um 22 Uhr. Wenn ich dann nach Hause ankomme, dann esse, mit der Familie sitze und weiteres es sich nicht mehr auszahlt. 23 Uhr, 24 Uhr, da ist die Reichweite nicht mehr so stark. Und da lohnt es sich fast nicht mehr. Weitere Probleme folgen. In der Schule muss ich lernen. Ich habe Schularbeiten, ich habe Tests und das alles mache ich meistens und komprimiere ich am Abend. Also wenn ich von der Schule heimkomme, setze ich mich hin und lerne. Deshalb, Leute, war es eigentlich für mich extrem schwer, das alles zu komprimieren und auch irgendwie Videos zu machen. Jetzt habe ich aber die Zeit gefunden, jetzt sind die Tests, die Schularbeiten, bisschen weniger geworden. Nicht komplett, sondern weniger. Und jetzt habe ich heute Zeit für euch Videos zu produzieren. Ich werde heute nicht nur dieses Video machen, sondern mehrere Videos. Und deshalb, meine Freunde, schulde ich euch etwas. Ich werde heute so gut wie möglich sehr viele Videos vorproduzieren und sie dann nach der Reihe jeden Tag hochzuladen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich so lange keine Videos hochgeladen habe. Wenn euch diese Idee gefallen hat, dann lasst wie gesagt einen Daumen nach oben, denn ich bin gespannt, wie viele Leute noch auf diesem Kanal aktiv sind. Natürlich die 2018, glaube ich, ja. Und danke nochmal fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, I hope, I wish, I will Christmas, I wish you, I will... Jetzt schall nicht, weil mir wieder... Ich schall nicht mal... Kann ich mal reden. Ich schall jetzt wieder mal das Licht ein, weil jetzt habe ich schon langsam Angst. Ich habe Angst vor dem Dunkeln. Ich habe noch mal fürs Zusehen und... Peace out.